Die TECOM-Jahrestagung ist für mich der ideale Ort, um mich mit Berufskollegen und Gleichgesinnten zu vernetzen. Außerdem bietet die TECOM-Jahrestagung immer wieder auch ausgezeichnete Angebote für Neueinsteiger oder Interessenten, die diesen Beruf später einmal auf der akademischen oder nicht akademischen Laufbahn erlernen wollen. Außerdem bin ich auf der Jahrestagung immer am Zahn der Zeit, was Trends und Neuentwicklungen in der technischen Redaktion angeht. Untertitelung des ZDF, 2020